Ja, fertig. Ich hab' dir mitgebracht. Zieh' das an! Los! Auf Hix! Wir fahren ein ganz neues Leben an. Wir beide. Wovon? Ta-da-da! Nicht schlecht, Herr Spitz, hm? Machst du das hier? Nein, 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 nein! Mensch, du bist hier! Komm mal! Nicht vorwärts für das Geld! Du machst sie jetzt mal hübsch, mach dich frisch, zieh' dich an, komm! Zack! Die Schuhe! Die hier kann ich unmöglich dazu anziehen! Ist egal! Hier, das für dich! So kann ich nicht rumlaufen! Ich seh' aus, wie er... Du siehst sexy aus, verdammt noch mal! Das weißt du ganz genau! Stell' dich mal nicht so an! Vielleicht fällt's auf! Oh, fuck! Das Testergebnis ist unerwartet. Geht's dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin, Dorn-Syndrom. Es heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei ihm. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. WELCOME Untertitelung des ZDF, 2020